Achtung! Die folgende Werbung ist nicht lustig, sondern einfach nur abgrundtief schlecht, obwohl es der erste Teil einer Millionenserie ist, und zwar Dragon Quest. Beim Charakterdesign hat sogar Akira Toriyama mitgewirkt. Das ist der Typ aus Dragon Ball, der war damals schon eine große Nummer. Warum sieht der Werbespot dann so aus, als hätte er nur 50 Dollar gekostet? Aber hier erstmal der Spot und danach die deutsche Übersetzung. Es folgt die deutsche Übersetzung Der Werbung ist nicht lustig, sondern nur ein kurzer Übersetzung. Der Werbung ist nicht lustig, sondern auch ein kurzer Übersetzung. Vielen Dank.